Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit mir in den Kabinen. Schon zum zweiten Mal, ich muss ja hier stehen, ich musste den Spielstand zurücksetzen. Äh, die Horde war broken. Äh, ja, und die wollte nicht weitergehen. Die ist bis um... 12 nach, oder 17 nach 12 Uhr und der Maße vorbei gewesen. Und ich glaube nicht, dass das original ist. Gut, jetzt versuche ich, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Ey, jetzt muss ich die ganze Scheiße normal machen. Ähm, gut. Also, ich hatte angefangen gehabt, jede Menge Motoren herzustellen. Ähm, da muss ich erst mal das Zeug wieder rausholen. Ähm, Motoren für die nächsten Fall... Ich hasse das. Ich werde das... Sobald die Horde vorbei ist, werde ich das hier abreißen, dann werde ich das Ding woanders entstellen. Das geht so nicht. Das Ding braucht mehr Abstand. Ähm, ja, genau. Nee, sauer Umruf. Ähm, ja, ich hatte nämlich schon alt fertig gehabt. Ich hab die Fallen eingestellt. Ich hatte jetzt... Ähm... Stammfertig nicht hingestellt gehabt, weil ich zu blöd war. Und hab da erst die Dings hingestellt. Äh, die... Guillotine. Bei den anderen Fallen. Aber die musst du erst nachträglich einfügen, weil sonst hast du Probleme. Hab ich nicht in dem Moment dran... Äh, das hab ich nicht mitbedacht. Und hab mir natürlich damit ein bisschen Weg verbaut. Aber gut, jetzt wies ich es ja. Ich hab Besuch. Besuch ist tot. So, dann muss ich auch noch Munition für uns herstellen. Und... Ja, gut. Äh, das übliche. Äh... Aber ich muss zu... Ich muss zu ihm... Ich bin mir auch nie so sicher, ob wir denn die Horde so überlebt hätten, weil... Ich hatte schon was, aber die Schrutze oder so... Also, auf Level 4 ist die... Nicht so gut, wie ich jetzt gedacht hab. Noch nicht mal annähernd. Das ist aber für mich denn schon klar... Ich weiß, dass ich keine Schrutzen Munition herstellen sollte. Jedenfalls nicht für eine Horde. Äh... Aber das sind andere Dinge. So. Also. Dann würde ich jetzt erstmal sagen... Ich stelle erstmal... Motoren her. Genau. Kann ich nur falsch machen. Ein paar Motoren herstellen. Äh... Ich mach erstmal neun... Nicht neun Stück. Weil ich gerne erstmal so fleißen mit... Und so geht das schon... Auch bei, äh... Die Aufnahme davor. Boah, das geht nicht genauso. Du kannst hier nicht fertig machen, weil die... Jedes Mal die auf dem... Die auf dem Sack... Die sind nervig. Ach, und wir müssen auch nur heute die Größe sammeln. Ich hab's nämlich zwar nicht... Äh... Also, ich hab die zwei hingestellt, aber ich hab die nicht auf beiden. Nee, gleich. Also. Teehne... Teehne des Materials. Also. Ich gucke, wie ich's mal die meine. Beine. Warte, das jetzt ja... Ich weiß zwar nicht, ob wir zeitmäßig schaffen, ob das jetzt so ne gute Idee wär. Warte, was scheiß drauf. Ich sollte ja auch die Base ein bisschen breiter... Also, wenn ich die jetzt nochmal ein Stück breiter mache. Warte, ist die nicht... Ne, ne, die ist zwei hier. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Ne, dann haut das ja doch hin. Sorry, dann hab ich Blödsinn erzählt. Ich wurde nämlich auf dem Chat... Äh, im Chat gefragt. Äh, ob ich das nicht hier quer stellen soll. Ob das nicht besser wäre. Hab ich gesagt, ja? Weil ich war mir dann nicht sicher, ob das, äh... Dann war das mein Fehler. Dann hast du richtig gesehen, ihr habt. Aber gut, das kann ja mal passieren. So, warum kann ich jetzt hier nicht setzen? Ist das jetzt da oben dran? Nee, das kann doch ja nicht sein. Oder liegt das jetzt, weil Zeug in der Mitte... Nee, kann auch nicht sein. Es kann alles nicht sein. Was nicht sein darf. Scheiß, Dreck. Äh, ich... Äh, ich... Ach, wisse, was scheiß drauf. Jetzt fällt das auch nicht mehr drauf. Kommt das auch nicht mehr drauf an, so. So. So, und warum passt du jetzt da nicht mehr hin? Ist das da da oben mäßig? Oder... Nee. Nochmal. Nee, nach unten soll es ja... Nö, bin ich genau... Ja, jetzt geht es. Aber das ist ein bisschen zu tief nach unten, wa? Na, eigentlich ist... Ja, ja. Das ist ja der Wille, der zählt. Ja, gut. Nein, da müsste ich nämlich die Platten nochmal abbauen. Ist dieselbe Höhe. Ich weiß nicht, warum. Also... Es ist manchmal komisch. Dieses Spiel. Ist das nicht. Aber ich nehme das jetzt erstmal so hin. So, und jetzt... Kann ich... Warum kann... Ich wünsche mir das mal bitte... Und jetzt ist es bestimmt, weil ich das jetzt auch nicht mehr so hin geholt. Ach, das ist doch alles... Das ist alles... Mochtest, das? Mochtest so sein? Das ist doch nicht normal ist, bitte. Warte mal, wir bauen die zuerst. Das ist gut, dass ich das um 19 Uhr rausfinden muss. Gibt keine besseren Zeiten dafür. Kurz vor der Horde. Sachen rausprobieren. Warum denn nicht? Könnte ich die jetzt so... So, ja, genau. Warum täten wir nicht so machen? Also, Möglichkeiten, die Leute zu piesacken. Also, die Zombies. Das ist doch ein Go. So, warten Sie mal. Die täten eine Idee haben. Können die so... Hälpiges Ruf. Also, ran. Nee. Nee, dann müsste ich das aber so sehen. So. Quasi als Trennwand, wisst ihr? Dann müssen sie mich hier lang. Und dann baue ich das hier so, dass sie zwar durchlaufen müssen, aber trotzdem am Arsch sind. Gut, das hätte ich mal vorher setzen sollen. Das ist kein Problem. Das können wir trotzdem nochmal machen. Warten so... Nee, äh... Rrrr. Das könnten wir machen. Äh, nee. Deswegen vielleicht, ne? Deswegen hat's nie nie gepasst. Naja. Jeder Versuch macht schlank. Oder clever. Oder wie auch immer. Gut. Okay. Also nochmal. Die sind dazwischen. Und dazwischen weiter so... Ähm... Mit... So... Äh... Die Sicht ist wieder... On point. Ja, so ist gut. Ich würd sagen, so ist gut. Das Geile ist, dass ich die Mods nie rausgenommen hab. Ne, jetzt... Na gut, jetzt ist das... Nee, das kann ich so ja nicht machen. Dann haut das nicht so hin, wie... Nee, das gefällt mir sonst nicht. Das Auge tötet ja mit. So. Das muss ja auch ein bisschen wat... Na wat... Aussehen. Ich glaub, dem Zombie ist es... Ja, wie... Wenn sterben aussehen. Ja, mir aber nicht. So. So. Und schon reicht es nicht mehr. Was fehlt denn jetzt? Bretter. Bretter. Na wetter. Da hat er. Bretter. Sorry, tut mir leid. Nee, tut das mir nicht. Ich bin so. Witze machen. So, ähm... Dann würd ich jetzt hier die nächste ransetzen. Also wenn ich könnte. Dann fickt mir bloß ein Motor. Aha. Dann hab ich mir quasi einen Gang gebaut. Nochmal ein extra Gang quasi. Theoretisch, praktisch. Oh. Ist er auch mal will er wat anritt? Na ja, die sind aber so doof. Ne, ey, ob die so doof sind denn dagegen zu knallen, schweiß ja nicht. Schweiß ja nicht. Aber vielleicht, wenn die zusammen zu vier und so, dann drängen sie sich darin. Irgendwie wird es schon funktionieren. So, jetzt muss ich natürlich alle drauf werfen, ne? Äh, und das kann kostspielig werden. Äh, und sorry. Ab und zu gibt es nochmal kurz so eine kleine Päuschen-Unterbrechung mäßig. Also. Muten technischerweise. Äh, husten. Wie gesagt, immer noch da. Ach nee. Ah, zum Glück hat der nicht geschrien. Der war wohl ein bisschen... Ist nicht dein... Das ist nicht dein Herz. Willst du mich... Nein. Oh, die muss husten. Das ist unfair. Ich meinte gerade... Ich spring dir mal kurz auf den Kopf, aber ich habe vergessen, ein Mikrofon-Büller zu entmuten. Ja, gut. Waren ja bloß ein paar Sekunden. Oh, das ist auch ein Horror. Also, das geht irgendwann mal wegen Husten-Nuter. Und dann aber wieder fange ich erst mal zu aktivieren. Oder nicht richtig reagiert oder so. Horror. Horror. Ich sage es euch. Es geht um 20 Uhr. Na ja. Solange aber bloß eh mal sterben. Habe ich schon alt erreicht. So, warten Sie mal. Das Buch lasse ich noch. Das steht jetzt nicht ganz groß oben auf meiner Prioritätenliste. So, das Buch kann ich erst mal vernachlässigen. Klappe zu. Ach, verdurut. So, jetzt, wie gesagt, muss ich Motoren herstellen. Muss ich das? Oder reicht nicht? Ja, gut. Wenn ich die jetzt erst mal so... ...so weit wie geht... ...nei, der bringt mir ja nichts. Ich lasse die erst mal so. Und ich hoffe, dass die für heute erst mal ausreichen. Ich werde mich erst mal um meine Munition kümmern. Wir müssen... ...ähm, müssen wir morgen hier neue Fallen... ...äh, nicht Fallen... ...äh, neue Dingshof stellen. Dann müssen wir wilder Eisen fahren und dann müssen wir jetzt hier hochwerden. Anders geht es nicht. Ich sehe da keine anderen Möglichkeiten. Ich könnte hier noch ein paar Fallen aufstellen oder so. Weißt du, das Ding hoch ein bisschen, weil das Fasset... Ja, gut. Ehe halt. Lass es. Naja, es wird Dienstwee Zombies kosten. Geht mal davon aus. So, jetzt werde ich mich erst mal um meine Munition kümmern. Äh. Alles in technischer Weise natürlich, ne? So, das heißt, ich müsste die erst mal umwandeln. Gut, dass ich so viel Holz habe. Und jetzt gar nichts mehr. Das ist maximal bescheiden. Gut, Kopfhör, wie gesagt. Also hier, habe ich jetzt gesehen. Kopfhör haben wir ja noch. Münzenmäßig. Aber erst mal, wie gesagt, sind wir dran. Das bringt ja nichts, wenn wir zwar Knifften haben, aber keine Munition. Weil das sind das für eine Scheiß Horde. Da bin ich jetzt ein bisschen durcheinander. mehr als sonst. So. Jut. Äh. Barren haben wir. Jetzt brauche ich die Munition. Ich sage mal so. Ich werde mir Sturmgewehr-Munition herstellen. Bei der AK. Die macht. Ups. Ups. Rambazamba. Aber nach meinem Gefühl hat die nicht so einen großen Verschleiß wie die andere Kniffte. Muss ich sagen. Und deswegen kommst du ja zurück in die Kiste. Schrutze stelle ich jetzt nicht her, weil, wie gesagt, ich habe die getestet, äh, oder beziehungsweise ich habe die auf Stufe 4 gehabt. Und habe gedacht, naja, gut. Dann kannst du die wegnatzen. Na, die lassen sich nicht so schnell wegnatzen. Gut, wir sind auch bei Tag 31, denn, äh, Welle 31, da sollten die sich nicht so schnell wegnatzen lassen. Natzierweise. Aha. So, was habe ich jetzt an Munition? 300 ist nicht viel. Ich bräuchte mehr. Mehr. So, Sturmgewehr, was fehlt? Mit Kupfer. Dann geht man doch mal ein wenig Kupfer. Das ist auch nicht so viel. Aber ich habe doch Lust. Was soll ich denn machen? Hm. Na ja, gut. Wenn nichts mehr drin ist, ist nichts mehr drin. Was soll ich denn machen? Ich bin ja kein Zauberer. Oh. Das sollte ich mit rausnehmen. Das brauche ich. Katapult, technischerweise. Na, vielleicht bräuchte ich nachher auch. Die geht mir jetzt auf den Sack. Wollt ihr mich verarschen, oder was? Oh, können wir gleich mal testen. Na, komm mal hier rum. Oh, ich bin der Idiot. Mir fährt ich gerade so. Wir haben den Falt schon umgebaut. Oder beziehungsweise ich habe es falsch umgebaut. Ich muss die ganze Sache nochmal ändern. Ach, nö, ich habe keine Munition. Ich habe das falsch umgezogen. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Ach, ich bin der Idiot. Ich habe aber ja später aufgefallen. Ich muss drüber gesetzt werden. Ich muss halt versetzt werden. Aber lieber es zu spät als, äh, gar nicht auffallen. Und so, ne? Warten Sie mal eine Musikkummer abbauen. Nein, nicht reparieren. Abbauen. Oh, Leute. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß, Mensch. Es ist 21 Uhr. Was soll der Kack? Manu. Ja, und noch mal. Noch mal, noch mal. Und tot. Und muss nämlich hier drüben hin. Dass sie von da so... Weil die kommen ja alle so von der Seite aus. Dann laufen sie mich. Dann müssen sie mich rüber laufen. Genau. Hey. Gut, dass mir das jetzt so fein tut. Wie gesagt. Sehr schlimme Wiesen. Er ist halt vorbereitet. Boah. Geht doch weg. Dann müssen sie mich mehr die Pfeil nutzen. Wisst ihr? Genau so wie ich das haben will. Nimm das auseinander. So, dann haut das hin. Das hat immer noch nie erlitt. Nee, da kommt mal noch welche. Ich kriege eine Krise. Hey, Leute. Wir haben noch keine Zeitprobleme. Kommen sie später wieder. Wenn die anderen hochkommen. Das ist doch nicht so schwer, oder? Den ihr Feinden könnten sonst was tun. So. Äh, der ist da drin. Der ist da drin. Er ist auch schon wieder gesetzt wie Hund zur Kunze. Oder hier, der ist nicht näher dran. Der sieht immer so schräg aus. Das ist kacke. Also nicht schräg. Ja, siehst du. Jetzt sieht es bündig aus. Ja, siehst du. Wenn ich den da nicht ansetze. Achso, deswegen nicht. Jetzt. Jetzt sollte das gehen. Oh, hier kann ich mich schon mehr hinsetzen. Erstmal. Ja, doch. Könnte ich, wenn nicht da wäre. Könnte ich hier hoch noch ausklären. So ist es jetzt besser. Jetzt müssen sie nämlich da durch. Dann müssen sie hier durch. Dann müssen sie da durch. Das wird nicht lange halten, aber es ist so. Oh, ich könnte. So, das ist ja schon. Das ist ja auch schon. Das ist ja auch schon. Wie gesagt, da fehlen mir die Motoren noch. Aber später. Das muss reichen. Das muss reichen. Wie gesagt, wir sind ja auch noch da. Der Karbinfaktor. Der hat uns jetzt die ganze Zeit geschützt. Schauen wir mal, wa? 300 Schuss, ey. Der hat letztes Mal schon so wenig geklappt. Und ich glaube, da hat man mehr. Achso, deswegen. Moment mal. Ich hab doch noch. Das ist mir doch was ins Gesicht gefallen. Das ist mir doch noch ein bisschen komisch. Aber komisch ist, dass ich hier keine Munition mehr habe. Ich sammle mal Villa-Weltscheine, aber... Landen tut sie nie in der Kiste. Ein bisschen komisch. Gut. Aber ist egal. Äh, ist nicht egal, aber willst du es machen? So, jetzt... Äh... Balliste. Würde ich erstmal sagen, ihr nehmt das Holz alt auseinander. Äh... Werdet verarbeiten in... In Dissen. Machen wir ein bisschen mehr Platz. So, äh... Lass mich mal bitte ran. Dann mach ich jetzt noch ein bisschen Eisen. Platt. Also, Platten. Entschuldigung. Und die kann ich denn... In der Munitioner. So. Werdig halt nachmachen, weil mein Platz, wie gesagt... Ja, ist schon begrenzt. Ah. Wird schon besser. So. Naja, passt. Na gut. Dann werde ich jetzt erstmal oben rennstuppen. Ich hab mir grad irgendwie bedauern, steht einer. Aber nein. Geht schon wieder los. Na gut. Zum Glück. Achso. Und jetzt... Äh... Bin damit. Da muss auch noch nachgeführt werden. Na gut. Aber der kriegen wir schon hin. Ich muss da drüben auch noch reparieren gehen. Nja. Ey, das dauert so lange. Das muss ich auch neu auf dem Winterkontrolle kriegen. Aber 22 Uhr. Und bis jetzt ist es mal nur gut in Rennen. Würde ich jetzt so sagen, oder? Also, was bringt der denn hier? Ich muss da ran. Äh... Da. Naja. Es war eh das Letzte. Alles verbraucht. Mehr ist ne. Was willst du? Ja, Moment mal. Moment mal. Es war noch nicht alles. Es ist noch was da. Es ist noch sowas übrig. Naja, gut. Wie gesagt. Warte, ich habe weg. Warte, ich kriege. Wiss ich nicht. So. Äh... So. So. Na jo. Jo, jo. Das war't. Ach so. Weil kein Holz mehr da ist. Das war't jetzt wirklich. Jupp. Ich bin komplett abgebrannt. Na gut. Also, wie gesagt. Jetzt... Moment mal. Ähm... Befolgtet. Fahierse. Genau. Den Tick mal den mich hoch haben. Und dann kriegst du noch was. Äh, und der macht das Beste draus. Mehr ist bei mir nicht. Oh. So wenig? Ich habe gedacht, dass er mehr ist. Ich habe nicht... Also, ich habe nicht... Also, ich habe nicht... Also... Jut, ich könnte... Und noch vielleicht ein bisschen Holz in der Karte. Nee. Ich habe jetzt alle durchsucht. Und... Hier ist ja auch eine Sternsachenholz. Nee. Ist ja bloß... Äh... Fliege und so. Noch mehr Fliege. Und jetzt immer wieder toll. Wenn du mal Holz brauchst, ist kein Holz da. Aber sonst schmeißt du... Ach, da ist so. Jetzt habe ich nicht gesagt. Nie nix gesagt haben. Alle, dude. So. Da. Dass der immer... Ja, okay. Das ist besser als... In den Raum daneben zu... Teleportieren. Passt mal. Knapp. So. Jetzt ist aber alles. Mehr ist nie drin. Aber das sollte okay nix. Der Doof ist, wie gesagt, ich kann die jetzt nie reparieren. Ich müsste jetzt irgendwie neue Krüsse sammeln. Aber so viel Zeit habe ich. So. Mehr ist nie. Aber das sollte die nix, oder? Obwohl, das habe ich letztes Mal auch gesagt. Ein paar Sekunden habe ich noch. Aber ob ich die Größe noch zusammenkriege in der kurzen Zeit? Wie gesagt, ich müsste ja dann auch... Dann müsste ich ja auch runterrennen. Ich müsste ja den Schietboch reparieren. Der ist nichts. Keine Größe gar nichts. Hier ist nischt. Hier ist alt abgemäht. Vielleicht kriege ich jetzt wie... Äste zuträgt... Äh, zusätzlich. Hey, zwei Äste. Es ist ein sehr, sehr schmaler Baum. Gut, also... Halt mal fest. Jetzt... Das Zeug funktioniert so lange, wie es funktioniert. Irgendwann wird es ausgehen. Und dann stehen wir da, wie wir da stehen. So, warte mal, ich nehme mal die... Ich hör da schon mal an, nämlich Sachen knacken. Und das habe ich ja vorhin schon gesehen gehabt. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich... Ach, Schnauze. Kann ich die auch mal schnell reparieren. Schnauze. Schnauze. Äh, da sind drei Sachen, die kommen. Sie sind. Warum technischerweise ist es nicht gut? Sag sie mal, wie viele haben wir denn hier noch? Hier noch drin. Ach, 300 Schuss. Na, das funktioniert ja mindestens. Das ist ein Ernst. Ja, ja, nee. Das ist nur draußen, ne? Ja, ja, ja. Also, dass ich draußen abreagieren, das ist mir total schnurz. Ich habe mir jetzt andere Probleme. Und das alles noch aufwerten. Das ist hier hinten hin. Oder vielleicht hier noch hinten. Flammenwerfer hin. An Ecke. Dann kriegen sie nochmal schön Feuer. Feuer! Da fiel es mir doch wie Schuppen von den Augen. So, 100. Und ich habe auch noch nichts rausgeholt. Da ist ja auch noch ein bisschen was drin. Zeit, mal. Ein paar Sekunden haben wir ja noch. Mensch, ich will nur ja bauen. Lass mir doch mal in Ruhe. Junge, nee. Alter, das Ding kommt weg. Oh, ey. Das, das, das. Ich baue das woanders. Das, das, das kann nicht hier sein. Das ist jedes Mal dasselbe. Im Winter zieht er mich durch die Wand? Oder ich steht zwei Millimeter. Na, okay. Da hast du diese, äh, diese Technik mit den Ratten. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Bin kein Freund von. So, die Villa hat begonnen. Äh. Wünsche euch viel Spaß. Ruhet überleben. So. Ausgerechnet genau auf den Punkt. Fängt meine Nase an zu jucken. Noch Fragen? Alter, 300 Schuss. Das heißt, wir haben kontrollierte Versuchsschüsse. Aber die Idee mit da rüber bauen, wäre auch nicht so schlecht. Ist da drüben hin? Dann könnte ich mir da oben drauf bauen. Dann müssen die mich auch hier lang. Oh. Dann müssen die, ja gut, aber wenn ein Giant kommen tut oder so, dann ist die Brücke auch vielleicht Schichte, ne? Also. Die Dinger werden nämlich genau da aufschließen. Oh, die Batterien sind alle voll. Was ist denn hier los? Ey, bitte macht das jetzt nicht so wie vorhin. Und vor allen Dingen, wir haben noch nicht mal... Ja, okay, wir haben jetzt ein paar Sekunden. Na, 12 Uhr. Okay, da kommen sie. Bis jetzt, äh. Wollte grad sagen, Flammi. Da täuscht mich mal nicht. Alter, ich hab jetzt echt Panik gehabt, dass der schon wieder so hängen bleibt. Dann wüsste ich auch nicht, was ich dagegen machen soll, ja? Dann gehen wir mal hier um. Und ich sollte mal unten... Äh, mache ich hier oben. Ich sollte da unten sein, so. Mal die ganze Sache... den Augenschein nehmen. Na, ja, ja, ja. Also, sie sind schon mal ein bisschen irritiert, dass sie jetzt hier rumlofen müssen. Genau in diesem Moment. In diesem Moment musst du abspeichern spielen. Das ist genau das Richtige, was ich machen muss. Feuer, Dude. Feuer, Dude. Ist Feuer, Christ. Und da ist ein ganz großer Hins vorbei. Mal kurz, äh. Ach so, das ist er. Seine Mächt hängt da durch. Oh, danke. Äh, 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 äh. Der hat angetäuscht und hat den anderen, äh, schmeißen lassen. Fieser Möpp. So, dann muss ich das nachher bloß noch in Äste umwandeln, dass ich vielleicht noch ihn oder zu ihm mal reparieren kann. Wenn das möglich ist. Ich gube. Ey. Alter. Da versteckt sich der kleine Penner. So, und? Wie schaut's aus? Und da will er in der Ladung? So. Nö, eigentlich erstmal nicht, ne? Nee, das sieht alles noch sehr, sehr knorke aus. Dann kann ich mich mal schon um die Äste kümmern. Du hängst gern schön durch, Junge. Hast du Arbeitsstress oder wat? Oh, ja, ein bisschen. Mein Rücken hier hinten zu entspannen. Ähm. Naja, gut. Also, dann muss ich mit der Reparatur sparsam sein. Hihi. Guck mal ein bisschen schneller, Junge. Was ist uns Benzin? Bitte. Bitte. Bitte lass es weitergehen. Und so ungefähr war das letzte Mal hoch. Äh, warten Sie mal kurz. Ich mach mal kurz. Äh, können Sie mal gucken. Äh, und zwar, man kann ja den runterladen. So, und da hast du ja hier... 19. Das ist eine Sekunde oder zwei Sekunden länger, als wat ich vorhin hatte. Ich bin gespannt, ob dit weiterjeeht. Das hat mich vorhin hängengeblieben. Oder wat heißt, hängengeblieben? Es hat ja gesagt, dass die Horde vorbei ist. Und dat kann nicht alle die Wesen sein. Obwohl, die Musik läuft ja noch. Und wie gesagt, mir wurde ja angesagt, so... ist vorbei. Also, wie immer ist, wenn Musik zu Ende ist. Hä? Dann kam mir ein bisschen komisch vor. Ey. Muss ich die jetzt wieder abholen? Will die nicht abholen? Bin immer so gemein. Geh mal kurz da oben. Rufschauen. Nee. Aha. Edition sparen. Was war denn der Ding? Du alte kleine Kröte. Komm den Weg, der Schmerz ist. Hm. Ist das tot? Nee, ist das nicht. Nee, ist das nicht. Jetzt ist das. Und wie totet es. Oh. Oh ja. Geh mal kurz. Durch die Tür durch. Also, gleich. Was? Seht ihr was? Ich will da auch nicht. Erst wollte ich ja da hochkaufen, aber wenn die schon so dicht sind oder so, das ist mal scheiße. Wenn ich in meinen Feuer renne. oi, 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 oi. Wenn's hell ist, dann geht raus. Und da kommen die ballern immer da lang. Also stehen sie da hinten, oder wat? Das muss ja. Muss ja dann um der Ecke sein. Mann. Sollten wir sterben? Liegt das nicht an mir. Ja, doch. Irgendwie schon, aber... Muss mal kurz gucken. Das geht ja so an dich. Diese scheiß Lampe. Kannst du nicht an der vorbeischießen? Nee, zieht doch nicht. Da ist auch nichts. An wat ballerst du denn da? Dit is... Ich versteh... Wo, 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 wo sie... Da. Da ist doch niemand. Da ist nix. Nada. Da, nix. Warten sie mal. Oder willst du, dass ich die wegmache? Deswegen. Haha. Folgen sie mir. Ich zeige ihnen, wo der Freizeitpark ist. Oh, da kommen die anderen. Hallo, sie. Ja, ja, ich muss da mal kurz was korrigieren. Aber... Gar kein Problem. Kommen sie einfach hinterher. Es... Es gab kleine Probleme. Aber bloß ganz kleine. Fast gar nicht zu erkennen. Da hält er sich an der Lampe auf. Ich weiß, dass ich looten muss. Und so dringend kostet mir die Zeige. Der ist ja richtig Feuer und Flamme. Oder sie. Sie rennt gleich, will er weg. Ich blöde es nicht. Oh, da kommt ein Feierteufel. Kann die gehen so? Also, wenn er jetzt vorbeikommen sollte. Die Wehne wegschnetzeln. Also, wenn ich ihn sehen würde. Ähm, ja. Vielleicht auch nicht. Hehehe. Hehehe. Man muss es ja nicht hier übertragen oder so. Man kann. Man muss nicht. So. Lasst ihn doch die Arbeit machen. Hehehe. So. Die sind natürlich alle zusammen. Alle beisammen. Aha. Ich glaube, das ist nicht so gut. Aber. Es ist so, wie es. Vielleicht sollte ich noch eine. Ja, wenn ich jetzt da hinten noch eine Ballstein stelle. Ist der Türens auch nicht so gut. Den hoch- und runterschießen. Aber jetzt. Ne, hallo. Ne, lasst es mal. Dankeschön. Übernehmen Sie mal einen Monami. Er kommt mir zu nah. Er rückt noch die Pelle. Dankeschön. Achso. Ich wusste gar nicht, dass du mit Munition schießen tust. Eine Explosion. Und ich brenne schon wieder. Ich bin Feuer und Flammen. Hehehe. Ich hab da bestimmt hier. Oh, was von Ratio fahren. Gegen Sog brennen. Achso. Du durfst ja hier ein Stückchen. Dann liest du ja gleich nach oben. Ach du Scheiße. Na ja. Das ist auch nicht so munitionssparend. Ich sehe gerade. Logischerweise. Oh, was haben wir jetzt? Ein Uhr, Alter. Das. Da kommen noch Sachen. Was ist denn jetzt schon mal los? Den anwandt, oder was? Das ist ja da drinne. Ja, dann. Achso, der ist runtergefallen. Ich muss die Sache noch mal decken. Äh, der ist hier runtergefallen. Wie groß muss man denn sein? Ich hab keine Munition mehr. Naja, gut. Schießen und treffen. Sagen Sie mal mit Pistole noch. So ein bisschen Munition kann ja... Wie gesagt, ich hab ja schon mal so mit Pistole so... ...ne Runde gerissen. Sag mal so, 32 Schuss des Todes. 32 Schuss, ne? Und ich kann schon den Unterschied zwischen Leben und Tod machen. Die nächsten Truppen sind da. Das ist, glaube ich, die letzte, war? 2 Uhr? Könnte sein, dass wir die überleben. Das könnte sein. Würde mich ja freuen, wenn das so wäre. Also auf jeden Fall müssen wir mit den... ...Strom aufwerten, die fallen. ...und ich brauch mehr Material zum Aufwerten. Ja, ich glaube, das brauch ich. So, Filanes, komm hoch. Komm hoch. Ein Heddy und weg. Die Frage ist, von wem? War ich das jetzt oder war er das? Komm mal hoch. Schieß dir. Schieß dir weg, Junge. So, da kommt der nächste, Hannes. Die, er muss gleich weg. Jetzt ist es nämlich so ein Ziehner, Hannes. Oh, da ist auch noch so ein Feuer, Hannes. Oh, ich nehme mal mehr Munition in die Hand. So. Mach mal so. Ne, 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 ne. Du ziehst mich jetzt nicht nochmal in die Truberin. Das Ding fährt auswiegend, ist nicht. So. Dankeschön. Hier ist auch sehr, sehr eng. Und Munitionsmangel. Äh. Dankeschön. Ja, gut, dass ich das jetzt so mache. Gehen Sie mal kurz. Ich wollte nämlich die vier drücken und irgendwie habe ich das nicht getroffen. Ich klupe den Bart. Anders, als ich jetzt geplant habe, aber überlebt. Ey, Junge. Dress mich mal nicht so. Ich habe gerade eine Horde überlebt. Bist du doof? Tja. So, an der Munitionsbeschaffungsmaßnahme sollte man noch ein bisschen dran feilen. Aber sonst ist alles gut. Alles gut. Ähm, wie gesagt, das muss die Kätze in der nächsten Horde muss das auch gewertet sein. Das? Das nebenbei Munition. Ach, das ist schwierig. Das heißt, wie gesagt, wir müssen jetzt mehrere so eine Dinge aufstellen. Weißt du noch? Ey, was machst du denn hier? Du bist ja immer noch nie tot. Okay. Das wäre jetzt echt doof, wenn ich jetzt daran sterben würde, an so ein Dude. Piu, piu, piu. Na gut, Leute. Ne, lange schnacken. Ich verabscheue mich heute schon mal. Äh, wir sehen uns morgen wieder. Wie gesagt, dann haben wir ja schon viele wieder zu tun. Also wie immer. Also bis denn. Ich bin raus. Tschüü. Tschüü. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü